Servus, ich bin's der Rego und seit langem trinke ich mir wieder Bier. Ein Mitbringsel von einem Kumpel von meinem Brun, dem Jan. Ein Irle Edelpilz, habe ich noch nie etwas gehört, aber der Geruch ist richtig schön hopfig. Tätnanger Hopfen, Irle Edelpilz, Tätnanger Hopfen, Gerstenmals, Quellfisches Braufasser, Brauhaus Irle GmbH. Also, das ist ganz, ganz, ganz helles Bier mit einem sehr feinpoligen, glatten Schaumslicht. Ganz weich, leicht, ganz leichte Herbe da, ein schönes süffiges, leichtes Bier. Was hat jetzt das? Hat gar kein Alkohol nicht. Doch fünf Prozent. Kommt aus Siegen, aus dem Siegerland. Die müssen noch Bielskiller. Besser als das übliche Bier von da oben. Wachstein. Was es uns da gibt. Süffig. Schön. Kann man sich abends in die Wirtschaft mal hocken. Und das genießen. Schmeckt mir ein schönes, gutes Alltagsbier. Schauen wir mal, was das nächste Bier wird. Gut. Füß euch. 30 Claire. 20 Claire. Gutround. 20. 20 Claire. 40 Lil